Vielleicht sogar das Original Schweizer Offiziersmesser, das wir hierzulande als Schweizer Taschenmesser kennen und das es auch in einer Österreich-Ausführung gibt. Wir machen natürlich die Original Schweizer Offiziersmesser einerseits, die sind wahrscheinlich die bekanntesten. Wir haben aber weitere Tools und Werkzeuge in unserem Angebot, das heisst es sind etwa 360 verschiedene, die wir da anbieten. Also eine rechte Palette bis hin zum Swiss-Tool mit Zange und halt weiteren grossen Werkzeugen. Neben Berufsmessern für Metzger und Köche gibt es auch ein Angebot für den privaten Haushalt. Hohe Qualität spielt dabei eine grosse Rolle. Für Handwerker sind verschiedenste Messer, aber auch einige praktische Tools verfügbar. Nun ist ein neues Produkt auf den Markt gekommen, das sich der heutigen Zeit angepasst hat. Ja, wir haben in der Tat Taschenmesser heute mit sehr viel Technik integriert, das heisst wir haben den Altimeter in meinem Taschenmesser, wir haben Taschenmesser mit LED-Licht, wir haben aber auch die kleinen Taschenmesser mit USB-Stick, das geht bis zu 128 Gigabyte, das heisst Sie können einen HD-Film problemlos darauf abspeichern, also das geht schon sehr weit. Aber auch die kleinsten Messer sind sehr beliebt, wie zum Beispiel eine Damenvariante. So ein kleiner Begleiter war vor kurzem bei einem alpinen Weltrekord dabei. Ja, ich hatte natürlich sehr wenig dabei, weil wenn man so schnell klettert oder bergsteigt, dann ist es wichtig, dass man sehr wenig dabei hatte. Ich hatte ganz wenige Karabiner, vielleicht drei, vier, zwei Einschrauben und vielleicht noch zwei so Bandschlingen. Und natürlich dabei war auch mein kleiner Helfer, der immer dabei ist, das kleine Messer da ganz leicht, aber im Notfall, wenn man es braucht, sehr super scharf und ist immer mit von der Partie.